Musik Pausenstand 0-3. Seit Wochen fordern Fans und Medien seinen Kopf. Ab sofort gilt auch für den letztjährigen Meistertrainer, siegen oder fliegen. Es bleiben ihm noch genau 15 Minuten, seine Spieler zu packen. Doch die Frage bleibt. Erreicht er sie noch? Hat Hans Deutsch am Rande des Nervenzusammenbruchs noch das notwendige Feingefühl für seine verblüffend leblose Truppe? 0-3. In der Scheisse. Jetzt ist Zeit für K-Text. Heute geht es um Leben oder Tod und jeder hierin hat wieder die Hosen strichen voll. Was habe ich hier vor mir? Weicheie! Schlaftabletten! Metro Sex Welle Weicheie! Jetzt muss am letzten Huren Schlafsäckel hierin klar sein. Konkurrenz, die schlafen jetzt. Und für uns gibt es nur Feinde. Und der Feind, der ist überall. Und die Aggressivität könnt ihr euch die Punkte an den Arsch kleben. Huren Schlafsäckel! Huren Schlafsäckel! Hier steht es! Hey! Die tanzen auf unseren Eiern rum! Und wir schauen das schwachsinnig zu! Jetzt ist Krieg auf dem Platz! Jetzt müssen wir den Knochen brechen! Das Blut muss spritzen! Grätschen dann in die Achillesehne! Die müssen die mit den Bahnen vom Platz tragen! Und die tun in der Länge und der Wachslein nicht mehr! Wir müssen den Fällen über die Ohren ziehen! Zerstören! Keine Gefangenen! Und jetzt raus! Spektakulär gescheitert. Das war's. Was ist das Rezept, das es nicht so weit kommt? Nächste Woche geht es um den Kopf von Giovanni Grillo, dem gnadenlosen Kommunikator. Hat er das Geheimrezept?